Machst du schon wieder fremde Leute auch, hä? Nein. Nein? Nein. Nein? Oh, Akku schwach. Ist mir egal. Ja, ja, ich komm, ich komm. Die Diggerle ist unterwegs. Ach verdammt, ich fahr schon wieder blöd auf. Das letzte Mal bin ich da drüber gefahren. Meine Nase läuft. Ich bin verkeldet. Ich bin krank. Von Geburt an. Ich bin schwach. Nein? Ich bin schwach. Ich bin schwach. Ich bin schwach. Geht nur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 versteig kein wort Das war's für heute. haua oh mein oberschenkel krampfinger ja 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 kamera ist aus das Eck hab ich voll vergessen ja welch kamera läuft jetzt noch aua ich wollte eher auf die Season tippen weil der Akku hat immer sonst länger kalt aber hat die schon lange nie geladen worden voll voll geil ja die ist halt schön steil zwischendrin wie gesagt ist hier gleich rechts dann ja ja genau hier rechts wie du willst jetzt hast du freie Wahl einfach auf dem Weg fahre und das Leben raus ok ja 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 wow ja waaas waaas da hast du mich früher ein paar mal hingeschmissen bis ich es geschafft habe ne da kommt ja noch ein steiler abfahrt von hier sieht es eigentlich so schlimm aus so einmal gucken hier den hang runter und dann der nächste einfach hier runter aber nicht so ihr solltet schon probieren hier drauf zu bleiben es war etwas zu weit ausgeholt ja es war eben etwas zu weit rechts der nächste bitte ja